Herzlichst gegrüßt, kurze Pause im Moment. Seid herzlichst gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern. Ich habe im letzten Video, beziehungsweise das lade ich gerade hoch, eine Anleitung für Anfänger gemacht. Mal so ein bisschen, und ich höre alle schon sagen, ja Mist, Anleitung. Ja, wenn du eine bessere machst, dann reden wir weiter. Dann kannst du dich beschweren, wenn du eine bessere Anleitung machen kannst oder machst als Video. Dann kannst du dich nochmal melden. Wir müssen jetzt hier mal weitermachen mit unserer Mission. Und zwar Rose Quest, da müssen wir vorher sie auf dem Terminal, Schlüssel zur Vergangenheit, sie auf dem Terminal nach. Und da gehe ich jetzt mal so weit wie möglich zu Fuß hin, weil A, Schnellreise kostet Geld. B, wenn ich mit, also was heißt zu Fuß, ohne Powerrüstung. Wenn ich mit Powerrüstung gehe, verbraucht sich, jetzt ist es wieder abgestürzt, mein Fusionskern. Also gehen wir mal so weit wie möglich. Ich habe jetzt zwar schon die Fähigkeit, dass die Schnellreise billiger ist, sie kostet aber noch trotzdem 12. Naja, ist schon billiger. Aber wir gehen mal ein paar Meter ohne Powerrüstung, damit erstens der Kern, Fusionskern geschont wird. Und zweitens mal, Entschuldigung, zweitens mal ein Geldbeutel geschont wird. Und drittens und viertens und fünftens versuche ich nebenbei immer auch wieder mal ein paar Grundlagen zu erklären für Anfänger. Weil ich bin da selber noch Anfänger, aber was ich wenigstens schon mal weiß, also Vorsicht nicht runterfallen. Aber mit der Powerrüstung kann man, darf man, da ist kein Schaden. Und man sieht jetzt unten auf dem Balken hier, auf dem Kompass quasi diese Raute, da ist, ne da sind zwei Raute. Huch, was ist da wieder? Eine neue, ach, schließe die Grundausbildung ab. Hä, hallo? Die habe ich aber schon abgeschlossen. Hä? Bin ich blöd? Schließe die Grundausbildung ab. Die habe ich doch schon abgeschlossen. Bin ich blöd? Hä? Bin doch nicht blöd. Grundausbildung abschließen. Warum muss ich die Grundausbildung abschließen? Haben die einen Vogel? Bootcamp Plus, die Grundausbildung... Ist da... Was ist denn jetzt wieder kaputt? Die habe ich doch schon abgeschlossen. Hä? Sind die blöd? Entschuldige, schon vor drei Jahren. Ist das jetzt ein Bug hier, oder wie? Entschuldige, da will ich jetzt mal schauen. Warum muss ich jetzt die Grundausbildung abschließen? Da oben? Ja, ja. Äh, kann nicht mehr. Na gut, wenn er meint, warum soll ich die Grundausbildung... Oben bei dem Kollegen, ich weiß das. Da die Treppe rauf. Äh, wieso soll ich die Grundausbildung? Da war ich schon fünfmal drin. Bei den Kollegen. Hat der jetzt einen Bug hier? Das Schicksal dieses Landes legt in Ehren. Jetzt... So, ja. Also... Hm? Habe ich doch schon... Und jetzt noch mal... Bringen Sie da draußen einen Kommunisten für mich unter die Erde. Ja? Habe ich ja auch schon... Abgekocht. Ich war mal mit. Einen Kommunisten unter die Erde? Warte, militärisches Gebeband. Entschuldige. Ja... Da war ich schon fünfzigmal. Da war ich schon fünfmal. Ist der jetzt immer noch... Der ist immer noch angehackt. Erfüllen Sie Ihr Land mit Stolz! Ja, du mich auch. Was alle da... Ist das jetzt ein neues Debug hier? Da war ich doch schon fünfmal. Da, wo man den saudämlichen Trainingsparcours machen muss. Und dann die Ding umhauen. Das... Ich schließe die Grundausbildung ab. Da, wo man da in dem Ding... Da musste man den Trainingsparcours auf Zeit schaffen und die Knöpfe drücken. Da musste man hinten den Schießstand machen auf Zeit. Und dann musste man da hinten die Roboter umhauen. Das habe ich alles schon gemacht. Und dabei das erste Mal gemerkt, dass ich hier keine fünf Meter mehr war. Da hatte ich kein Simpack, keine Munition, kein gar nichts mehr. Und da wollte ich schon aufhören. Ja, ja. Komm her. Warte. Machen wir das mal weg hier. Die Idioten. Entschuldige, warte. Was? Oder? Nee. Also jetzt gehen wir mal... Jetzt ist alles weg. Nee. Wo ist denn jetzt mein Ding? Bin ich blöd. Das Spiel macht mich fertig. Warte da rum. Jetzt... Also wir wollen da hingehen. Jetzt ist das auch weg. Ich kann nicht mehr. Da ist er. So weit wie möglich zu Fuß hingehen. Da muss man die Roboter umhauen. Und da musste ich schon... Da hatte ich keine Munition mehr. Und auch kein Simpack mehr. Und muss noch drei Roboter umhauen. Das war witzig. Da wollte ich schon aufhören. Das war vor zwei Wochen oder so. Jetzt versuchen wir mal... Oh... Zu Fuß möglichst weit hin zu gehen. Das können wir per Schnellreise machen. Und Power ist so. Und dass wir da mal weiterkommen. Hm. Und ich versuche immer wieder mal ein paar Hinweise zu geben für Anfänger. So wie mich einer. Also solange man hier durch die Büsche geht, ist man halbwegs sicher. Also da kommt jetzt irgendein Wolf oder so. Das ist jetzt aber... Aber da steht ein Super Mutant. Da unten. Also... Uiuiui. Also gehen wir da ein bisschen rum. Wir müssen da durch. Da steht ein Super Mutant. Und da drin hocken auch alle. Jetzt wenn wir da so halbwegs in der Mitte durchrennen. Müsste es... Wir müssen auf der anderen Seite raus. Da über den Hü rüber. Müsste halbwegs klappen. Wenn wir jetzt da so müttig durchrennen. Da sollte jetzt keiner... Keiner rumstehen. Damit... Außer jetzt so einer da... Hä? Wo ist denn das für einer? Man kann aber auch versuchen wegzulaufen. Wenn es kein schneller Gegner ist. Und Achtung. Nicht ins Wasser reingehen. Ums Wasser möglichst einen Bogen machen. Beziehungsweise... Drüber springen. Weil... Wasser ist... Radioaktiv. Und da fängt man sich Strahlung ein. Die man dann mit Red Away... Im Hilfsmittel... Sektor wieder weg machen muss. So, wir sehen jetzt die Tür unten da, oder? Da müssen wir hin, gell? Siehst du ja auf einem Kompass. Die Tür. Jetzt sind wir schon näher. Gut. Die paar Meter... Also, dann machen wir noch ein paar Meter. Da ist jetzt keiner. Jetzt haben wir aber einen Berg in der Mitte. Jetzt müssen wir ein bisschen da um den Berg rum. Versuchen. Achtung, Häuser. In Häusern sind immer Gegner meistens drin. Rechts ist der Aktionspunkt der AP. Also, beim Sprinten wird der natürlich verbraucht. Oder beim Zielen mit dem Watz-System. Volt Tech Aided Technology System. Irgendwas. Käse. Jetzt müssen wir da so ein bisschen um den Berg kommen. Nicht zu nahe an die Häuser ran. Ja, und dann schauen wir mal, dass wir die letzten Meter, da ziehe ich dann die Powerrüstung an und das machen wir dann per Schnellreise. Weil man weiß nicht, wo, wenn man da ankommt, per Schnellreise kann es sein, dass da schon 50 Gegner stehen. Und wenn wir dann jetzt nicht die Power... Jetzt müssen wir Obacht passen. Da hinten ist so ein gefährliches Ding. Das da. Da kommt so ein Feuervogel. So ein Böser. Wir müssen aber sowieso mehr da, aber wir müssen um den Berg rum. Da kommt so ein Drache und der spuckt Feuer und dergleichen, wenn man den anlockt. Also, wenn man zu nah hingeht, müssen wir schauen, dass wir da so ein bisschen um den Berg rum kommen. Und man kann eigentlich, weiß, und wenn es so klingelt, dann ist da irgendwo, genau da unten. Dass man ein bisschen um den Berg rum kommen will. Mal schauen, dass wir da so links rum. Und die letzten Meter machen wir dann per Schnellreise. Jetzt hat sie wieder die AP verbraucht, sie ist Svetlana. Da, oh, siehst du, da unten ist der... Oh, das kommt ja schon. Also, wecki, wecki. Der Böse. Auweia. Auweia. Also, weglaufen. Können verlachen. Und da hinten kommt jetzt dann der Golfplatz. Oh, weah, weah. Da soll man auch nicht durchgehen. Oh, jetzt kommt der. Ah, jetzt ist der Golfplatz. Oh, weah, ja. Am Rand, am Rand von dem Golfplatz geht's noch. Da ist die Security. Das ist die Security. Genau, also am Rand. Das sind die Lieben, Scherrdi. Das ist die Kollegin. Die Ada. Das sind Security. Das ist die Ada aus Vollart 4. Die sind Liebe. Sie haben so einen weißen Ding oben, siehst du. Aber jetzt nicht reingehen, weil da drin hocken die bösen, schlimmen. Also. So, jetzt können wir aber die letzten Meter, jetzt mal so wacht. Ne, äh, jetzt brauchen wir, jetzt brauchen wir die Powerrüstung bei Kleidung. Powerrüstung. So, da gehen wir jetzt rein. Meine Powerrüstung. So, Fusionskern. Und der kleinen IT-Pause. So, ich kann auch mit der Powerrüstung, ich könnte jetzt durchgehen, aber das ist kontraproduktiv. Da hocken zwar schon Kollegen. Kann man jetzt, jetzt machen wir da eine Schnellreise, kostet noch 5 Kronenkacken. Und das da, warte, wie viel kostet das da? 4. Dann nehmen wir das da. Und dann sind wir schon fast da. Da, da sind aber jetzt viele böse, das kann ich riechen. Ich bin Stufe 36 übrigens schon. Ha, 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 ha. Ganz toll. Stufe 6. Übrigens kann, anscheinend, wenn man eine Stufe aufsteigt, kann man wieder 5 Kilo mehr tragen. Anscheinend, kann das sein. Bei jedem Stufenaufstieg, um eine Stufe, dass man 5 Kilo mehr tragen kann. Im Normalfall. Also ohne Powerrüstung. Kann das sein. Gut, wir schauen mal. Und dann sehen wir schon. So, Achtung, jetzt wird es gleich flauschig. Mhm. Dauert immer ein bisschen so. Oh, jetzt passt es auf. Die schießen schon. Wir müssen... Da oben rauf. Was ist er da? Sieh auf dem Terminal. Im Bergwerk. Ach du Scheiße, im Bergwerk. Mhm. Da kannst du jetzt eine Stunde suchen. Und wo ist das Drecksbergwerk? Wo ist denn das? Da oben. Jetzt kann man da hingehen. Und rechts unten die Tachos. Da ist der kleine Tacho 4. Das heißt, ich habe noch 4 Kerne. Komm ich denn da rauf? Ah, da ist ein Leiter. Jetzt kommt da einer. War ja klar. Jetzt habe ich so ein neues Schwert hier. Haha. Wo habe ich denn das her? Da ist das einer. Habe ich bei irgendeiner Mission gekriegt jetzt vorhin. Gestern. Ah. Die Dude. Wo ist jetzt der Drecksberg? Oh, da unten. Da unten ist der. Da unten. Ah. Da ist der. Oh. Hoch. Ah, da sind die Grubenhauer. Ach du Schande. Oh, nee. 10.000. Hey, bin ich blöd? Bin ich blöd? Jetzt muss ich da rein. Ach du. Das sind ganz üble Kollegen. Ich habe hier das schicke Gewehr jetzt. Warte. Ich habe hier ein Gewehr mit Schick. Au. Hä? Wie bin ich jetzt? Warum bin ich jetzt sofort kaputt? Hä? Warum bin ich, warum, was war denn jetzt da los? Bin ich blöd? Hat mich der so schnell umgehauen? Ich kann nicht mehr. Hm? Kann du, ich bin, ich kann nicht mehr. Da ist er ja, oh du Kacke. Also, jetzt bin ich gerade gestorben. Ah ja, das ist genau. Oh, wow, wow. Ich war, ich war genau. Hier bin ich schon 20 Mal gestorben. Oh, warte. Letzter Tod. Oh, oh. Ah, da oben am Ding, oder? Warte. Aha. Das Gewehr. Habe ich mich da jetzt ins Knie geschossen? Oder wie? Nee. Kronkorken. Komm her. Zweite, wo ist jetzt mein letzter Tod? Komm her. Wie sind denn die? Wo sind denn die? Das sind ganz böse. Ah, da oben. Oh, meine. Ich muss mein Zeug sammeln, warte mal. Wo ist denn mein Zeug? Oh, warte. Oh, warte. Oh, warte. Ah, wo ist mein Zeug? Hä? Das kommt doch einer. Aha. Das haut gut was weg, das Gewehr. Oh, haben die so schicke Mgs, oder wie? Haben die so toll? Oh, die, die haben, schießen die so scharf, die Kollegen? Ah. Schießen die so scharf, die Kollegen hier? Oh, komm. Oh, was? Oh, ich habe ja. Oh, wei. Da muss man jetzt aufpassen. Die haben scharfe Munition, die Kollegen. Oh, ne. Gudmanzug schrott. Ach, die Schande. also hier auch passen wo ist jetzt mein zeug haben die raketen oder wie wo ist jetzt mein zeug da oben ach da oben da oben geht geht hat der scheimgeister wie komme ich jetzt da rauf radioaktiv ich komme da nicht rauf da oben ist mein zeug du schande wie komme ich da rauf jetzt muss ich wieder da rauf gehen warte kann ich das naja viel das war mein schrott oder warte das will ich jetzt wissen was ist denn da ist meine meine schrott gegenstände oder hatte als selbst mit packer rüstung hier und und trägst kanonischer ich habe hier eine vierfach gehärtet schaden 251 die hat mir ein kollege irgendwann mal geschenkt vor drei tagen muss ich da wieder da ist jetzt meine tüte was ist noch drin naja nicht viel aber gut jetzt jetzt müssen wir da unten sind jetzt sind da unten noch böse also kubenhauer kubenhauer ist ja böse du böse radioaktiv in augen scheiß jetzt muss ich da rein kommen da jetzt die kuben haben wir ja da bin also bieten freunde bieten da war ich schon mal drin da bin ich ins wasser eingefallen dann bin ich gestärkt muss nur dahin gott sei es getrommelt und jetzt alle warte alles anschauen kommt ja kontrollpunkt erreicht nicht dass ich so entspannen wäre aber ich habe sie wieder durch den sucher beobachtet und gesehen dass sie im bergwerk sind ja 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 hoffentlich komme ich jetzt raus also muss ich jetzt raus scheiß drauf da stand scheiß drauf scheuer was freddy freddy kuga freddy quinn die quatsch ein Mist hier ach ne jetzt muss ich aber nicht rein oder ach komm ach komm ach du scheiße muss ich jetzt da drin rum suchen oder was ich kann nicht mehr und jetzt was müssen wir jetzt machen ach nee letzter Tod der hat da waren wir schon finde ah wo wo denn jetzt da drin oder wie ich kann nicht mehr also da unten ist die kompass die raute oder warte da geht es wieder raus oder warte da geht es raus und ich muss jetzt ach du schade ach du schade das Ding finden ach warte wo geht es denn dann ist zu wissen ach du scheiße entschuldige entschuldige für meine Ausdrucksweise ne da ist es nicht also unten wenn ich jetzt muss ich der Markierung nachgehen oder ich mag nicht mehr da geht es wieder raus und wir müssen unten oh warte jetzt kommen die alle mhm vorsicht da ist irgendwo ne ein Wasser da bin ich reingefallen vor drei Tagen aha sind da jetzt Grubenhauer krank krank das Spiel ist krank das ist nix hier da siehst du nix hier die Lampe nützt ja auch so gut wie nix jetzt müssen wir auch wei 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 hoffentlich kommen da jetzt keine Grubenhauer mehr und ich fall gleich was ist denn das guck mal au die sind tot und ich muss ach du Schande ach nee da ist sie da ist sie da ist sie da ist sie da kann ich ach du Schande ich muss da hin da ah da ist oh geht es jetzt da rein warte auf vorsicht da ist irgendwo irgendwo Wasser warte wo ist denn jetzt meine Markierung hä wo ist ah oh das Ding hat aus weg ja kann nicht mehr wie viel habe ich denn noch es kommt der nächste kommt der nächste da hinten ist das jetzt unten oder oben ah ich mag nicht mehr ich mag nicht mehr ist das oben die Ocken da wieder rum ah da ist der Dreckssee ah die Schüsse ah da sind 10.000 ah komm und ich bin da in den See reingefallen See reingefallen ach du Schande ach du ich muss oben rum oder ah ah oh warte jetzt kommt einer jetzt kommt einer jetzt kommt einer oh wei jetzt warte jetzt oh 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 du Schande jetzt kommen die alle jetzt kommen die alle jetzt kommen die alle jetzt kommen die alle ich lebe noch Hilfe jetzt kommt warte warte ich mag nicht mehr ich mag nicht mehr Entschuldige da gehts raus was schießen die denn da was schießen die ja jetzt kommt das ist hier gruselig das ist wie im oh ne ich mach nicht mehr was schießen die ja da aber da unten ist der See da komm ich nicht durch Freunde ich muss da oben Sicherheitstor aber da gehts aber nicht weiter oder wie komm ich denn da rein also ich muss aber da unten ist so ein Dreckssee wie komm ich denn da durch wie komm ich jetzt kommt der jetzt kommt der kann nicht mehr ich muss da durch oder und da komm ich nicht und da gehts nicht weiter oder da ist Sackgasse oder und da komm ich wie komm ich denn da nicht drauf da jetzt kannst du ausschalten ich werd hier gleich wieder auch drauf gehen da hocken paar drin wie komm ich denn da durch wie soll ich denn da durch da oben ist es wie komm ich denn da rauf da hinten wie soll ich denn da rauf kommen wie muss da hinten ist ne Treppe oder ach du ach du aah da oben hockt einer ach das ist der das ist der Kollege jetzt oder wie das ist der Kollege das ist der Kollege aah und jetzt gehe zum eingang ich komme nicht mehr jetzt geh zum eingang ich komme nicht mehr und wir zurück oder wie Also raus wieder jetzt, oder bitte? Unten den Kompass, schau, ich muss jetzt raus. Speichern, bitte. Nachladen, speichern. Ja gut, dass ich die Drecksknarre habe mit 250 Schaden. Sonst wäre ich da keine 5 Sekunden weit gekommen. Nochmal Wasser rein. Gut, du kannst auch, jetzt gehe ich noch raus. Speichern, bitte. Und jetzt, was muss ich jetzt machen? Jetzt, wenn ich rausgehe, komm mal. Ja komm, das machen wir jetzt schnell. Jetzt muss man schnell in den Speicherpunkt kommen, Freunde. Ja, ohne Roboterrüstung und ohne 10.000 Knarre-Schaden kommt sogar keine Überlebnisse in 0,2 Sekunden. Ich mag nicht mehr. Jetzt gehen wir raus und dann speichern wir. Und dann, hören wir auf. Wahnsinn, wie soll es denn das schaffen hier? Das kann mir doch keine Sache geben. Ich mag, jetzt geht es nicht mehr. Stufe 6. Jetzt. Komm leider. Raus. 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 Ah ne. Und jetzt? Was ist jetzt? Hä? Warte. Warte. Warte, 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 warte. Da vorne ist ein Ding. Geh langsam. Geh jetzt um Eingang. And now. Oh. Kontroll... Ah, Kontrollpunkt. Hey, da sind Sie ja wieder. Da ist die Power-Rissung. Da ist die Power-Rissung. Da ist die Power-Rissung. Wir waren schon recht schwach aufgestellt, als sie verschwanden. Irgendwer oder irgendwas hat sie wahrscheinlich erledigt. Vielleicht haben sie eine Notiz oder einen anderen Hinweis zurückgelassen. Das waren ziemliche Naturburschen. Haben gerne gekämmt und gejagt. Also Vorsicht, wenn sie im Lager nach ihrem Schlüsselteil suchen. Falls es nicht offensichtlich sein sollte, die hätten es echt mit fallen. Fallen. Also, Kontrollpunkt. Gut, ich schalte. Warte. Schalte gleich aus. Moment. Jetzt, wo... Die Drecksrüstung hat kein Kern. Ja, komm. Braucht nicht mehr. Ich brauche einen Kern. Wo kriegst du das Geld? Das kann nicht Geld. Au! Da ist die Modification. Gegenstände verwerten. Und jetzt? Geht nichts mehr. Äh, Freunde, jetzt. F-f-f-freunde. Was ist da noch am Angebot hier? Küchenwagen, ja. Hochleistungsmagnet, komm her. Was ist denn hier für ein Sound? Komm, wieso ist da kein Fusionskern drin? Mag nicht mehr. Was ist denn das? So, jetzt. Schauen wir mal. Was ist denn das da? Das ist doch Lötlampe. Jetzt schauen wir mal, wo wir hin müssen. Nirgends. Da. Oh ne. Suche. Suche im Lager der Fernsteher nach Notizen. Das ist das. Okay, Freunde. Dann. Jetzt warte mal. Ja, hilft nix. Jetzt. Muss ich da mal. Ich schalte jetzt mal aus und wieder ein. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.